Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Outriders Video. Heute möchte ich euch vom Technomand das Plug Sower Legendär Rüstungsset vorstellen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ist ein bisschen bescheiden auszusprechen. Hier geht es wieder um den Rüstwert ab Stufe 52 von den Werten her. Wie immer gibt es natürlich einen Dreifachbonus, wenn wir mindestens drei Sachen dieses Rüstungssets tragen. Sieht wie folgt aus. Wenn man den Status Gift anwendet, erhält man 5 Sekunden lang 5% weniger Schaden, 5% stapelbar. Klingt leider nicht so spannend, wie ich gehofft habe für ein legendäres Rüstungsset. Die Stiefel erhöhen unseren Rüstwert um 20.354. Bonusfeuerkraft wird um 12.300 erhöht. Der Close Range Damage wird um 14% erhöht und die Cooldown Reduzierung um 7%. Der Level 3 Mod bezieht sich aufs Geschütz, erhöht den Geschützschaden um 8.000 und der Level 1 Mod ebenfalls auf dasselbe Geschütz erhöht. Die Dauer der Geschütze um 50%. Die Handschuhe erhöhen unseren Rüstwert um 20.200. Bonusfeuerkraft wird um 16.400 erhöht. Cooldown Reduzierung um 7% und die Heilrate wird um 14% gesteigert. Der Level 3 Mod erhöht die Anomaliekraft um 157.000 für jeden auf dem Schlachtfeld befindlichen Elitegegner. Das ist echt eine heftige Zahl. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Pestkugeln. Killing Shots geben dir 30% mehr Kugeln in dein Magazin. Das ist wirklich, habe ich schon ein paar mal so gespielt. Dieser Mod ist ultra effektiv. Wenn sich viele kleine Gegner um dich herum befinden, kannst du fast gefühlt dauerhaft mit den Pestkugeln um dich herum schießen. Und jedes Mal, wenn du einen kleinen Gegner, der schnell stirbt, tötest, füllt sich jedes Mal der Magazin wieder auf. Und du hast gefühlt tatsächlich fast unendlich Munition. Diesen Mod kann ich wirklich nur absolut jedem empfehlen. Der Unterkörper erhöht unseren Rüstwert um 21.400. Maximale Gesundheit wird um 4.500 erhöht. Status Power wird um 20% erhöht. Und die Heilrate wird um 14% erhöht. Der Level 3 Mod bezieht sich aufs Geschütz. Das Geschütz füllt 35% der Maximalgesundheit jeden Teammates wieder auf, der sich im Radius von um 6 Metern um das Geschütz herum befindet, wenn es zerstört wird. Wird zwar nicht allzu oft passieren, dass jemand sich direkt in diesem Umkreis des Radius befindet, würde ich mal behaupten. Aber dennoch relativ effektiv, denke ich. Der Level 1 Mod bezieht sich auf die Pestkugeln. Der Skill kann ein zweites Mal aktiviert werden. Bevor die Cooldown-Zeit beginnt. Der Oberkörper erhöht unseren Rüstwert um 21.222. Bonus Feuerkraft wird um 12.300 erhöht. Die Heilrate um 12% erhöht. Und der Long Range Damage wird um 12% erhöht. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Pestkugeln. Aktiver Skill erhöht die Anomaliekraft um 35%. Und der Level 1 Mod ebenfalls Pestkugeln. Wenn der Skill endet, verteilen sich 40% des ausgeteilten Schadens vom Skill-Altteilung gleichermaßen auf alle Mates. Ebenfalls schon in dieser Kombination gespielt. Macht ultra Bock. Bei allen anderen Videos, die ich euch bis jetzt mit diesen legendären Rüstungssets vorgestellt habe. Diese ganzen Charaktere habe ich selber noch nicht gespielt. Außer den Pyromanten für ein paar Stunden. Deswegen kann ich hier wirklich auch meine ehrliche Meinung hinzufügen und euch sagen, wie effektiv das ist. Kommen wir als letztes zum Helm. Erhöht unseren Rüstwert um fast 22.000. Bonus Feuerkraft wird um 12.300 gesteigert. Der Lebensentzug durch Skills wird um 3,5% erhöht. Und der Long Range Damage um 14% erhöht. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Pestkugeln, erhöht den Splash-Effekt von erfolgreichen Schüssen um 50%. Was ist denn der Splash-Effekt? Ich nutze die Kugeln wirklich sehr, sehr oft. Aber was ist der Splash-Effekt? Das kann ich euch nicht sagen. Also es gibt ja, wenn die Pestkugeln einschlagen, gibt es so einen grünen Splash. Aber der fügt ja meiner Meinung nach den Gegnern um uns herum, oder die in diesem Splash-Effekt sind, kein Schaden zu. Wenn es jemand besser weiß, kommentiert es gerne, vervollständigt es. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und der Level 2 Mod, das ist diesmal kein Level 1 Mod, bezieht sich auf keine Fähigkeit. Erhöht den Schaden auf mit Gift belegten Gegnern um 20%. Ladies and Gentlemen, das war es schon mit diesem Rüstungsset. Wer gerne mit den Pestkugeln spielt, so wie ich, absolut effektives Set, wie ich finde, lasst mich mit einem Daumen nach oben wissen, dass euch das Video gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt, das soll es von mir gewesen sein. Und ja, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.